Boah! Stark, Mario! Oh, Mario Betz! Mario, du bist Werder Bremen und ich bin schon dabei. Ja, ich bin schwarz, aber wer Ball hat? Ball hat, es stimmt alles. Alles. 1, 2, 3. Viel Erfolg. Na, wieso auch, Mann? Du hast schon 8 Mal gefragt und nicht gemacht. Mach jetzt. Ey, was machst du da? Was ist das denn? Du, Mario! Ich will nicht mehr. Ey, Mario! Wohin? Der will direkt kurz das da an. Nein, ey. Du, Mario. Ich weiß. Mach so, täusch einmal an deine Lieblingschen. 100 Täuschern. Ja. Oh! Oh! Stark, Mario! Oh, Mario Betz! Nein! Oh! Weiß weiß nicht! Weiß weiß! Das war halt! Oh! Du schwitzt, Alter! Soll ich drücken? Hier wird der Spieler raus. Oh! Ja, geht. Oh! Oh! Weiß weiß! Weiß weiß! Nein, Alter! Fatschig! Was ist das denn? Oh! Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn, Alter? Zum Wieso? Wie ist das denn? Wenn es den Spieler einen Namen gibt, dann trefft ihn ihn auch. Ailton, guck! Okay, dann fangen wir an. Tehle hier. Tehle? Oh! Ja! Frank Baumann? Nein! Ist das drin, oder? Ist das drin, oder? Das ist... Ludwig Mann, ja! Ludwig Mann, ja, war geil! Ja! Oh Gott, wie soll ich denn da jetzt hin? Komm, ey! Schiri? Wo ist das drin? Will in deinem Spieler? Guck mal! Was ist mit dem Tor? Das steht nicht nur auf der Linie hier! Ey, der spielt hier mit der Bande! Bleib mal auf deiner Linie da! Ja! Guck mal hier! Ja! Kurzer Eckang! Schiri hat gedrückt! Ey! Was darf er denn? Was? Der war wirklich drin, oder? Ja! Warum sind die Netze nicht wie in England hier? Mann! Scheiße! Komm schon, ey! Der trifft ja jetzt wieder so geil, oder? Was ist das? Ja! Klasse, ey! Alle gegen das Marble! Eine Minute noch! G, G, G! Oh! Oh Mann, du bist immerhin gesprungen, ey! Welch meins jetzt? Puh! Ist egal! Ein von beiden! Oh, ja! Entscheidung, Entscheidung! Ey, du ziehst wieder die Bande da raus! Was? Jetzt schieße ich den da oben rein! Ecke für dich! Ich kann mal rum, weil... Lass dir Zeit! Vier, drei, zwei, eins, Zeitspiel! Sixpack! Leck und Jammer! It's so much! Marius Schwitz! Ja! Ja! Ja!